Nee. Sehr schön. Deine Ziele ... Felix Passlack, bereit für 90 Sekunden? Auf jeden Fall. Frohes neues Jahr! Dir auch. Danke. Gerne geschehen. Ähm, wichtigste Frage. Was haben Mama oder Tante an Weihnachten als Nachspeise gezaubert? Herrencreme. Mit Schuss. Und wie viel Teller hast du gegessen? Einen. Sei ehrlich? Einen. Einen? Einen. Und dann, den Abwasch hast du auch gemacht? Natürlich. Zu den wichtigen Themen. Wer gewinnt den Superbowl? Green Bay Packers. Green Bay Packers? Genau. Nicht die Cowboys? Auf gar keinen Fall. Was ist mit den Cardinals? Noch zu weit weg. Also die Packers? Richtig. Sehr gut. Ähm ... Kommen wir mal vom Football zum Fußball. Verfolgst du deine Ex-Teams noch? Etwas. Wo steht Norwich? Letzter. Und Sittag? Vorletzter? Drettletzter? Weiß ich nicht so genau. Stimmt sogar. Ich weiß. Und no pass luck, no party, oder? So sieht's aus. Kennst du die Gemeinsamkeit beider Teams? Grün-Gelb. Richtig. Du müsstest also auch Packers-Fan sein. Gar keinen Fall. Warum nicht? Unsympathisch. Bitte? Natürlich. Ähm, na gut. Aber der FC Nord ist hoffentlich keine Option für dich. Nee. Sehr schön. Deine Ziele für 2022. Oh, gesund bleiben. Sprecher. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 追t uns im Auftrag des Tr outer 우리ens CALM. Tá? Beginn. Äh! Biografiere. Bis zum nächsten Mal. Das war's zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ings vom Top- from C-T-Token. Bis zum nächsten Mal.